Liebe Freunde von Sagmal TV Demnächst auf Sagmal TV Sebastian Schulz, meiner einer Demnächst heißt am 4.12. Ein Live-Interview Was dann nicht mehr live ist Weil dann ist es ja schon aufgenommen Genau, es ist ein aufgezeichnetes Interview Mit mir, seid gespannt Mir hat es Spaß gemacht Ich brauche gar nichts mehr zu sagen, das freut mich Super, danke, gut, bis dann